Servus, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zack mal wieder eine Runde Alles Schwitze! Alles Schwitze! Oh, let's go! Gucken wir mal, ob er heute bisschen Bock hat. Ja, ich spuck noch ein paar Teufel raus, genau, damit sie weg sind, damit jetzt was Gescheites kommen kann. Das geht ja nur abwärts. Ah, jetzt immerhin, komm, wir drücken mal. Nope. Alter. Alter. Junge, was geht denn ab? Der hat ja mal gar keinen Bock. Ja, aber jetzt, komm. Gönn mir. Guck dir das an. Ist doch unfassbar. Guck mal, 150 Euro weg in zwei Minuten. Eih, das ist ja ab nochmal. Geh, drück nochmal, ey, das gibt's ja gar nicht. Muss jetzt mal was geben hier. Boah! Boah! Unfassbar. Er kennt einfach gar nichts. Komm schon jetzt, aber... Boah, komm! In drei Minuten, 200 Euro weg. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die 3 Cent gekommen bin. Guck mal, gibt da nochmal irgendwas? Nö, und alles ist weg. In drei Minuten, 200 Euro verzockt. Wenn's euch trotzdem gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.